Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Bart ausdünne. Ihr sehen könnt, mein Bart hat eine gute Fülle erreicht und heute möchte ich in diesem Video einfach meinen Bart ein bisschen ausdünnen. Ich habe in meinem vorherigen Video gezeigt, wie ich meinen Übergang hier an den Seiten trimme, also wie ich hier so einen leichten Fade reingemacht habe. Und der letzte Schritt dieses Videos war, dass ich mit 8 mm nach unten getrimmt habe. Und an dieser Stelle möchte ich gleich auch wieder einsetzen. Ich nehme nämlich gleich meinen Rasierer hier, stelle ihn wieder auf 8 mm ein und rasiere dann weiter nach unten. Eine wichtige Info an dieser Stelle ist, dass die 8 mm eigentlich gar keine 8 mm sind, wenn du nach unten rasierst. Wenn du nach oben mit 8 mm rasierst, dann sind es 8 mm, aber wenn du unterrasierst, dann sind es eher so 10 mm. Und man muss sich da auch so Step by Step einfach ein bisschen rantasten, um zu schauen, okay, wie viel möchte ich denn eigentlich weg haben und wie voll soll der Bart am Ende des Tages sein. So, genug gequatscht. Ich werde jetzt erstmal meinen Bart ein bisschen aufbürsten, damit ich auch ganz genau sehe, okay, wie viel möchte ich denn nachher rausnehmen? Und wie sieht der Bart aktuell aus? So, wenn man das immer richtig krass macht, dann sieht man, dass das ein ganz schön voller Bart geworden ist. So lasse ich es natürlich jetzt nicht. Ich büße jetzt einmal ein bisschen runter wieder, aber ich möchte halt schon sehen, wie voll der Bart ist. So starte ich jetzt an dieser Stelle. Ich nehme jetzt den Rasierer, habe den auf 8 mm gestellt und werde jetzt von unten nach oben rasieren. Äh, von oben nach unten rasieren. So, um ist es richtig. Wichtig dabei, dass ihr tatsächlich auch von oben nach unten runter rasiert und gerade runter rasiert. Und nicht irgendwie kreuz und quer, sondern wirklich gerade von oben nach unten runter, damit ihr die Form des Bartes schön behaltet. Ich nehme zwischenzeitlich auch manchmal immer wieder die Bürste, um einfach nochmal rüber zu bürsten, um zu sehen, wie das aktuell ausschaut. Kann ich euch an dieser Stelle auch empfehlen, also immer hin und wieder mal bürsten. Und dann geht's weiter. Und wenn ihr rasiert, dann merkt ihr auch, dass sobald ihr weiter nach vorne geht, dass der Rasierer da einfach mehr abnimmt, als zum Beispiel hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier den Übergang schon rasiert habt, als dort. Das hört man auch, dann merkt man einfach, okay, da kommt einfach mehr ab. Aber nicht verunsichern lassen, sondern einfach gerade immer schön nach unten trimmen, denn ihr habt das Ding ja auf 8 mm stehen. Ja, immer nochmal überprüfen, ja, steht auf 8 mm. Da kann nichts passieren. So, und ich merke schon, dass hier hinten zum Beispiel noch ein bisschen mehr raus kann. Hier vorne auch, da gefällt es mir noch nicht ganz so dolle. Und dann, wenn ihr das merkt, dann könnt ihr auch einfach mal von 8 vielleicht mal noch ein bisschen runter gehen, ja, vielleicht auch 7. Dann seid ihr ungefähr auf 9 mm. Das mache ich an dieser Stelle mal. Ah, ich mache mal auf 7,5. Das ist bei dem Rasierer hier ganz cool, dass du hier stufenlos einstellen kannst, von Millimeter auf Millimeter. Ihr merkt, ich fasse schon langsam immer wieder einmal an dem Bart dran, weil ich immer wieder sehen möchte, wie die Form aktuell ist. Deshalb ist in den Bürsten wirklich unerlässlich an dieser Stelle. Aber so grob passt das ungefähr für mich jetzt schon an dieser Stelle. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr runter haben wollt, dann tastet euch da einfach ran, ja. Dann macht einfach vielleicht 0,5 mm weniger, nochmal 0,5 mm wieder weniger. Und macht das einfach ganz nach Gefühl, wenn ihr dann so durch den Bart durchfasst und denkt, hey, das passt soweit, perfekt. Was ich dann ganz zum Schluss noch mache, ich nehme hier den Aufsatz vom Rasierer ab. Und dann mache ich nur mit dem Aufsatz. Und dann muss man hier noch so ein bisschen eine Linie reinbringen. Das mache ich an dieser Stelle auch nochmal kurz. Und wenn ihr das macht, dann fällt euch immer extremst auf, dass die Barthaare einfach nicht gleichmäßig lang wachsen. Einige Barthaare sind dabei, die sind wirklich super enorm lang. Ja, das ist man zum Beispiel hier auch im Bart. Und das sind einige Barthaare, die wirklich sehr lang sind. Und gerade wenn du jetzt hier die Kanten so ein bisschen gerade machen möchtest, dann fällt das wirklich extremst auf. Aber an dieser Stelle aufpassen, ja, wirklich doll aufpassen, wenn ihr hier ohne Aufsatz rasiert. Weil wenn ihr da irgendwie eine falsche Bewegung macht, dann könnt ihr euren Bart wirklich zerstören. Und nehmt euch ja auch genügend Zeit, ja, also lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und wirklich den Bart Picobello hinbekommen, als dass ihr da euch irgendwie abhetzt. Also lasst euch da auf gar keinen Fall stressen. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann gibt es noch einen letzten Schritt. Dazu nehme ich einfach eine Schere. Und dann schaue ich nochmal ganz genau, okay, sind da vielleicht noch hier und da ein paar Barthaare auch im Bart drin, die vielleicht noch ein bisschen länger sind. Ja, wo man einfach sagen kann, okay, die könnte ich jetzt auch stutzen. Da sehe ich zum Beispiel eins. Das gefällt mir nicht so. Und bei mir ist es auch so, im Bart, manche Barthaare sind ein bisschen anders farbig, die fallen ein bisschen mehr auf, gerade dann, wenn sie länger sind. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann müßtet man einfach nochmal den Bart schön. So Leute, und wenn man jetzt sich das Vorher-Nachher-Bild anschaut, beziehungsweise die Vorher-Nachher-Bilder, ich denke mal, da kann man auf jeden Fall einen richtig guten Unterschied erkennen. Auch was den Übergang angeht, als auch die Fülle des Bartes. Ich denke mal, da habe ich einiges jetzt rausgenommen und jetzt kann ich den Barbershop-Besuch einfach nochmal in zwei Wochen nach hinten verschieben. Relativ easy das Ganze, also falls ihr auch dabei seid, euren Bart auszudünnen, wie gesagt, nehmt euch die Zeit, damit ihr auf jeden Fall nicht gestresst seid und euren Bart irgendwie zerstört. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bart ausdünnen.